Hallo liebe Unioner, ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass das Kapitel Union jetzt vorerst für mich zu Ende geht. Auf diesem Wege würde ich mich gerne nochmal bei euch bedanken für dreieinhalb tolle Jahre. Ihr seid echt super Fans, macht weiter so und wir sehen uns ja in vier Wochen schon wieder. Bis dahin, euer Sören.